und da hört ihr schon arbeiten so die beiden arbeiten sich dadurch und da bekommt ihr ein neuer Knochenmehl hallo und herzlich willkommen in einem weiteren minecraft tutorial wie ihr am anfang sicherlich schon gesehen habt bauen wir heute eine Knochenmehl Farm wir brauchen dafür einen Hopper eine Kiste und einen Composter das hebe ich mir auf dann baut ihr unten eine Doppelkiste am besten dann zeig 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 jetzt lassen sie mit einer machen zeig dann hier oben Hopper drauf und dann kommt hier oben entfällt die Kiste drauf und was ich jetzt machen werde ist halt den schon gefüllten Schockgurt drauf ich mache halt noch ein bisschen so so but it's him at this und er hört ja schon arbeiten so die beiden arbeiten sich da durch und da bekommt er eine neue Knochenmüll und das könnte im Hintergrund laufen einfach bei der Farm so ich hoffe euch hat das Video gefallen und wir lassen ein Abo da wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss